Einen wunderschönen guten Tag, ihr schaut Mo von WA und ich bin Mo Tensen, stehe wieder im Wohnzimmer und ich habe heute ein interessantes Video für euch, denn die Vorteile von Virtual Desktop kann man, und jetzt wundert ihr euch, warum sollte man das, erzähle ich euch gleich, mit, wie ihr sehen könnt, hänge ich nämlich tatsächlich an meinem Laptop mit dem Linkkabel. Was das alles auf sich hat und wie das funktioniert, zeige ich heute in diesem Video und jetzt steigen wir mal ein. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Der eine oder andere hat es ja schon mitbekommen, mein Haupt-VR-Bereich ist eigentlich unser Wohnzimmer, hier nebenan ist das Arbeitszimmer, da steht unser Router, das als Vorwissen. Ich habe nämlich schon ausführliche Videos darüber gemacht, ich habe euch die Wege, wie man die Pico, die ja ein autarkes Headset ist und komplett ohne Computer funktioniert, aber selbstverständlich auch an einem PC anschließen kann. Mit dem eingebauten Streaming-Assistent könnt ihr das sehr entspannt über WiFi und über das Kabel mit eurer Pico verbinden und dann könnt ihr auf sämtliche SteamVR-Spiele zurückgreifen, was schon mal eine tolle Geschichte ist. Der Streaming-Assistent hat aber eine Beschränkung. Die Einstellungsmöglichkeiten sind da einfach nicht sehr groß. Ihr könnt zum Beispiel nur SteamVR benutzen und es gibt eine klare Auflösungsbegrenzung, es geht einfach nicht höher. Falls ihr noch gar nicht wisst, was ich hier gerade erzähle, dann guckt euch bitte nochmal mein Streaming-Assistent-Video an. Ich mache euch jetzt hier oben einen Link, dann könnt ihr euch das genau reinziehen, wie das funktioniert. Eine zweite Möglichkeit ist Virtual Desktop. Das kennen wir schon seit Meta-Quest-Zeiten, denn auch da hat es schon alternativ zum R-Link eine Wi-Fi-Verbindung hergestellt. Virtual Desktop macht die Verbindung zum PC nur über Wi-Fi, hat aber dafür viel, viel mehr Einstellungsmöglichkeiten und ihr könnt bei Virtual Desktop nicht nur SteamVR-Spiele, sondern auch Oculus Rift-Spiele direkt anspringen und benutzen. Alles sehr entspannt, alles sehr easy. Hier könnt ihr auch die Auflösungsbeschränkungen, die leider die mitgebrachte Streaming-Assistent-Software von Pico hat, weit übertreffen. Denn die Einstellungsmöglichkeiten bei Virtual Desktop sind gigantisch. Wenn ihr einen modernen Rechner habt mit einer 4090-Grafikkarte oder so, könnt ihr diese hohe Auflösung in der Pico wirklich ausfahren und ein fantastisches Feuererlebnis haben mit dem PC. Das Problem, was diese Wi-Fi-Verbindung hat, ist aber, sie braucht ideale Voraussetzungen. Ihr braucht erstmal den richtigen Router, einen modernen Wi-Fi 6-Router und am besten ihr seid dann auch im selben Zimmer mit dem Router. Falls ihr also, wie ich, nicht unbedingt ideale Bedingungen habt für Wi-Fi, falls ihr nicht einen der von dem Entwickler von Virtual Desktop empfohlenen Router habt, sondern wie ich einen aus dem letzten Jahr, der letztes Jahr empfohlen wurde und nicht einseht, dass ihr euch jetzt jedes Jahr einen neuen Router kaufen wollt oder ihr könnt einfach nicht neben dem Router stehen, weil es, keine Ahnung, jetzt im Keller oder sonst was, haben sich pfiffige Menschen aus dem MRTV-Discord ein Workaround rausgesucht. Und dafür geht mein großer Dank an Luce Lodeon. Der hat mir das hier jetzt nämlich nochmal kurz zusammengefasst, wie das funktioniert. Und es ist denkbar einfach und ihr könnt Voraussetzungen auch über das Linkkabel benutzen. Folgendermaßen passiert das. Ihr braucht erstmal eine Android-Software, die heißt Hotspot & Tethering Shortcut. Den Link dazu mache ich euch direkt unter dieses Video. Ihr könnt direkt mit der Pico unter diesem YouTube-Video auf den Link klicken und dann kommt ihr hier hin und sagt Download APK. Ich habe das natürlich schon gemacht und zwar gestern. Und dann habt ihr hier das APK und sagt einfach Open. Dann installiert sich die Software auf eurer Pico. Voila, so einfach ist das. Und das ist alles, was wir an zusätzlichen Dingen zu Router Desktop für diese Geschichte brauchen. Unter den Anwendungen findet ihr dann Hotspot & Shortcut. So, und hier klickt ihr einfach nur USB-Tethering. Im Idealfall macht euer Rechner jetzt Ping und sagt euch, ja, ich habe erkannt, hier ist irgendwas los. Ihr müsst dann auf dem Bildschirm nochmal etwas bestätigen. Das muss man aber eigentlich nur beim ersten Mal machen. Dann starten wir ganz normal with the Desktop. So, er macht das und wie gesagt, meine Verbindung, da ich im Nebenraum sitze, ist jetzt nicht total ideal. Aber sie funktioniert. Und wenn ich jetzt was spielen würde, dann hätte ich auf jeden Fall eher ein durchwachsenes Erlebnis. Ich habe auch in meinem anderen Video, wo ich das konkret getestet habe, herausgefunden, dass für die meisten Spiele die Wi-Fi-Verbindung, wenn man diese Idealkonfiguration hat, gut funktionieren. Nur bei timingintensiven Sachen. Da ist es ein bisschen schwierig. Bei Pistol Whip zum Beispiel ging es von der Latenz her sogar gut. Aber ich habe über Wi-Fi immer ein bisschen Abrisse gehabt. Das könnte mit einem anderen Router besser sein. Aber wie gesagt, dieses Video richtet sich an alle Leute, die einfach nicht in der Lage sind, diese Idealbedingungen zu erzeugen. Ich starte jetzt einfach mal trotzdem Pistol Whip. Es ist ja alles wie immer. Wir sind gerade über Wi-Fi verbunden. Jetzt wird SteamVR geladen. Ihr könnt auch hier unten die Anzeige sehen. Wir sind bei 90 Frames. Nicht ganz sauber gerade und landen direkt im Pistol Whip. Das ist jetzt auf dem PC laufend. Wenn ihr jetzt im Spiel seid, müsst ihr nur folgendes machen. Bitte kurz den Atem anhalten. Ich schalte jetzt nämlich das Wi-Fi ab. Boom. Ihr könnt leider nicht direkt mit ausgeschalteten Wi-Fi arbeiten, denn Virtual Desktop braucht Wi-Fi, um zu starten. Der fragt das ab. So, hier ist der Virtual Desktop. Und er sagt jetzt auch, er hat keine Verbindung. Die ist aber weiterhin da. Ihr seht das, ich bin jetzt hier mit einer stabilen Verbindung von 82 Megabits pro Sekunde. Die hatte ich hier eingestellt. Zu den ganzen Einstellungen und so, wie gesagt, guckt euch dann das extra Virtual Desktop Video an, das ich gemacht habe. Ich kann jetzt einfach hier Pistol Whip etc. spielen und ganz normal mit dem PC arbeiten. Aber das Ganze läuft über das Kabel jetzt. So, also der Datenstrom, der normalerweise über die Luft transportiert wird, wird jetzt in meinem Fall absolut störungsfrei und sauber über das Kabel transportiert. Ihr spart sogar im Verhältnis noch ein paar Millisekunden Latenzpunkte ein. Es läuft also tatsächlich besser als über Wi-Fi. Und das ist der ganze Trick. Und das ist die Geschichte, die ich euch einfach mal zeigen wollte. Das ist nämlich wirklich noch eine dritte Möglichkeit, diesen ganzen Kram hier sauber zu benutzen. Und das ist nämlich das Fantastische. Ihr braucht lediglich Hotspot und Tessing-Shortcut. Wie gesagt, den Link mache ich euch unter dieses Video. Das könnt ihr direkt aus der Pico heraus anklicken, installieren. Das ist das Tolle bei der Pico. Ja, man kann auch beliebig ABKs, also Android-Dateien hier installieren und dann nutzen. Und diese wiederum macht dieses USB-Tethering und dann funktioniert das. Was für ein Kabel ihr mit benutzen könnt etc. gab es dann alles schon in diesem Video. Ich persönlich habe immer noch mein mittlerweile, ich glaube zwei Jahre altes Original-Oculus-Kabel, was ich nutze. Das habe ich mir damals für die Quest gekauft. Das ist sozusagen das High-Endigste, was man nehmen kann. Kostet es aber auch einfach mal entspannt 100 Euro. Das gibt es schon wesentlich günstiger und besser auf Amazon. Da gibt es Kabel für 40, 50 Euro. Ich mache euch auch hier nochmal einen Link zu einem guten Kabel drunter, damit ihr Bescheid wisst. Und so ganz am Ende vielleicht noch ein paar Informationen zu den aktuellen Updates. Ihr habt es ja mitbekommen. Es gab das System-Update 5.2.2 vor ein, zwei Wochen. Das hat euch da draußen, die alle noch 5.1 hatten, dann quasi auf das Niveau der Pico gehievt, das ich offensichtlich schon die ganze Zeit hatte. Warum auch immer, ich mit meinem Testgerät schon vorher die Firmware 5.2 hatte. Für mich hat sich daher nicht viel geändert. Ja, also der Past-Tour etc. sieht nach dem Update auch genauso aus. Seit gestern gibt es das Update 5.2.7. Das Markanteste, was sich geändert hat auf der Pico seit der 5.1 und auch seit der 5.2, die ich hatte, ist die Tatsache, dass jetzt der Browser DRM-fähig ist. Das heißt, ihr könnt alle möglichen Prime und Netflix und Disney etc. Video-Services jetzt direkt im Pico-Browser benutzen. Das ist auch noch ein sehr schönes Add-on gewesen. Das fehlte einfach bisher und das funktioniert jetzt. Die Möglichkeit, sich hier die Android-App zu installieren, macht natürlich das Universum jetzt hier noch größer. Es gibt schon Varianten, wo Leute sich einfach Streaming-Software, mit der ihr eure Xbox Game Pass-Spiele etc. nutzen könnt, angeschlossen haben. Wenn euch sowas interessiert, machen wir gerne auch mal ein Video drüber. Aber das soll es dann für heute erstmal gewesen sein. Und wie gesagt, das Ganze ist gar nicht auf meinem Mist gewachsen. Nochmal am Ende einen schönen Dank an Luzi Ledeon und die Jungs aus dem Amateur-V-Discord, die sich da Gedanken gemacht haben, wie man das System dribbeln kann. Superschöne Geschichte. Wir bleiben am Ball. Ich bin erstmal raus. Ich freue mich auch über ein kleines Däumchen unter diesem Video. Abonniert ruhig den Kanal, wenn euch solche kleinen Technik-Schnick-Schnack-Videos interessieren. Da könnt ihr nämlich einfach mehr aus der Pico 4 rausholen. Bis dann zum Muternse Mo von VR. Immer für euch da. Der beste ist Mo, Tänzen Mo von VR. Mo von VR. Bis dann zum Muternse Mo von VR.